Musik An diesem Sitco-Abend hat sich Olli mit der Gasmaske etwas Besonderes einfallen lassen. Besser als jeder Joint, Kissen durch die Maske. Super war natürlich damals zum Beispiel auch einfach. Du konntest irgendwie sagen, ey guck mal hier, ich habe eine neue Platte von Hammerhead und vorne sind die Glattbäcker drauf und das erste Lied heißt Handgranate. Also die Hälfte meines Freundeskreises hat sich da schon umgedreht, ist weggegangen. Das ist schon mal jemals eine Mülltonne in Schraubwürcher geschmissen. Da ist mir einfach Bock. Du brauchst kein Hooligan für sein. Ich bin Punk-Rucker und schmeiß Mülltonnen. Das ist nochmal so ein Stückchen von dem, was Punk eigentlich war und sein sollte. Dass man auf alles drauf schlägt. Das gefiel mir. Hammerhead war halt immer authentisch. In jeder Phase. Und sowas merkst du halt. Dann kam dieser Spruch vom Tobias, ich gebe dir schon mal meine Kontonummer. Da kannst du den Gewinn hin überweisen. Meine Reaktion war, ist der so doof oder will er mich verscheißern? Das ist ein Stückchen. Vielen Dank.